CPL würdest du für den Anfang vielleicht einen MG nehmen, weil das okay für dich? Ja. Weil wenn wir gleich hier bei HEMP sind und du hier rüber guckst, ist glaube ich ein MG vielleicht nicer erstmal. Ja. Kannst du, wenn wir ein bisschen safer stehen, wechseln. Für einen Angriff besseren MG, dass wir die unterdrücken können vernünftig. Nein. Vielen Dank. Danke. Danke schön. Danke schön. Benutzt ihr Freelook? Klar. Ja, ständig. Echt selten eigentlich. Selten. Zu selten. Also wenn ich mich irgendwo verstecke und irgendwo liege, immer nur Freelook. Und wenn ich laufe und irgendwo anders beschossen werde, auch Freelook. Was schon mit 2.0 funktionieren würde. Oh, ich finde es geil. Wir steigen beim Movemarker aus, spätestens. Copy. Fluss oder Straße? Weiß ich nicht, eigentlich Straße. Erst Fluss, dann Straße, weil glaube ich der Move. Ob welche Tast ist Freelook dann? Halt. Ist das nicht Hinnocker euch? Nein. Steuerung ist Hinnocken. Weiß ich nicht. Nein. 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 Tschüss. Vielen Dank. Ja, wir fahren noch ein Stückchen weiter. Wir steigen vor diesem Kompon aus, ja? Dann direkt durch in den Norden. Und hopp, raus, 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 raus. In den Norden, in den Norden. Ja, die kommt. Bereit machen zum Spawnen. Und zack, da ist er. Auf geht's. Erste Bewegung ist erstmal Richtung Movemarker. Alle zusammen. Bravo von Dauers Schlussposition finden Richtung Ost und Richtung Hemph. So, verstanden, Bravo. Ich würde mich ein bisschen mehr deutlich bewegen als VT. Äh, nee. Alpha geht jetzt nach M4 rein. Copy. Sobald Bravo Position hat. Copy. Fahrt folgend voraus. Freund, Freund, Freund. Ja, guck. Okay, Alpha mit mir. Bravo, bitte weiter Stellung beziehen. Ich will eure Augen Richtung Augenmarker haben, okay? Was wenigstens ein Scope drauf, ey? Ich mach mir die Augen kaputt, wenn du bescheiß Ding. Hä? Ja, letztes Mal auch schon, ey. Meine Friese. Okay, Alpha Spot. Äh, Bravo Spot, sorry. Neuer Movemarker. Versucht von Dauers Richtung Ost und Süd zu decken, okay? Alpha, wir sind es in der Mauer. Okay, dann versucht euch da drum herumzuschleichen oder so. Alpha, wir gehen Richtung Movemarker. Wir werden jetzt eine schöne Verheirungslinie haben. Der Feind ist nicht bis Hemph haben gekommen. Wir rücken jetzt langsam vor, wir weiter Richtung Osten, okay? Schöne Linie aufbauen. Einer da, wir haben Kontakt. Ich bin euch hoffen, ja. Ja, Sniper hab ich und hier bei Pro, ja, ich bin down. In dem Compound rechts neben mir. Den Sniper hab ich. Der hat mich bekommen, der Sniper. Ich lieg von safe, glaub ich, an der Mauer. Ich will Endmarker. Die umlaufen uns im Süden, Südost. Also, ähm, hinterm Fluss auf H785. Äh, nochmal wiederholen auf Helm, Marker feind, ist das korrekt? Baldi, wie sieht's bei dir aus? Nee, die umlaufen uns südlich am Fluss. Das ist bei H788. Wohlbeschossen, einer hab ich auch getroffen. Ja. Bin getroffen. Hab den Gegner aber auch getroffen. Ich kann mal rein, natürlich wird's ausgeschaltet. Okay, ähm, Feind bei Tequila. Ah, wir sind dross, Entschuldigung. Werfen. Positionen, Valdi und CLP. Wo ist das? Ja, bei euch da oben. Ja, ja, bravo, versuch bitte da oben zu halten, okay? Nur halten, nicht pushen. Bravo, halb im Schwerk. Ja, ich komm jetzt zu euch hoch und schmeiß euch ein Rally. Äh, Alphaspot beschäftigt die noch da unten, Spot 1 sollte das aber weit übernehmen, okay? Äh, kannst du den Rally versuchen bei Steam zu schmeißen? Copy. Spot 4, äh, wird jetzt an den Feinden vorbei pushen und gleich auf Insurgion gehen. Also, Bill, der war zwei Meter von mir entfernt, als er mich erschossen hat. Ja, ich hab einen, ich hab einen down. Okay. Ich schätze mal, die haben dann Rally point. Ja, Nord, Nord. Ja, kapi. Ich hol dich direkt hoch und du musst Nord sichern. Nord sichern. Ja, bravo, dich so nachsuchen, oder? Kriegst du es hin, wer? Links weiter, links weiter. Wir haben auch auf Helm Marker, bei mir sind auch Feinde. Ich bin aus Süden erschossen worden. Okay. Ich weiß nicht, ob ich CPL hochkriege. Ja, Nord-West. CPL, nice one. Äh, bin down. Copy. Ich bin vor der Rallye. Ist vor allem. Ich bin zerlegt. Das war go-safe. H637, H637 an der Mauer. Also nötig wäre, das sind schon Feinde. Ja, copy. Äh, wir werden gucken, dass wir den Nord-File jetzt angreifen, okay? Okay, ich hier bitte spawnen und dann, denke ich, 9 oder Lallye. Äh, CPL, die wir hier gerade haben. CPL. Wir halten die Nord-File, okay? Es kommt vier ist an denen vorbei gepusht, die werden jetzt versuchen, auf Insert Reject Menschen Stress zu machen. Okay, mehr von wo? Okay, erst mal für alle, bitte Move, Marker vorrücken. Ja, die kommen jetzt hin. Wenn ihr da seid, ob wir euch holen, ich steven noch hoch, das kriegt man drin. Wir haben, ich habe einen Feind direkt nötig, der von mir rund war und 50 Meter, der läuft jetzt in Richtung ob ich. Copy. Zugab, ich glaube, da war schon einer close hier, neben dem Bound. Ja, der hat Bergerad Halt, hier ist einer. Den habe ich euch erledigt, im Bound noch 5 Macker. Nötig von 5 Macker. Die kommen ja nötig von dir. Ja, genau, auf meiner Sicht. Bitte hier die Ruinen bitte komplett einnehmen, okay? Sucht euch gute Stellungen, von denen ihr euch Overwatch geben könnt. Ich möchte jetzt gleich Deckung, wenn sie benutzt sollen. Nötig von Bern, auch noch westlich. Wir haben gesehen. Im Süden werden sie auch nur pushen. Auf Angriff zu einem anderen Feind. Nein, auf 319 und 336. Angriff zu einem Macker, zu blockieren. Noch weiter nördlich, bei Bro hinter der Mauer. Ja, die versuchen nur noch zu flankieren. Wer da ist, der Deckdarm? Beim Angriff Macker rechts auf dem Dach. Ja, wir haben hier Gasbord, Achtung. Das ist ein Scropt-Wolfel. Das ist ein Scropt-Wolfel, mein Freund. Nehm ihn dir, wenn er wird. Auf an den Posi, komm her. Ja. Die Posi, komm her. Komm her raus. Wo der ein Gros Macker ist. Ja, okay. Neue Verteidigungsstellung. Lasst sie auf euch auflaufen, okay? Die laufen auch im Norden an der Mauer. Richtig zur Brauerei im Norden haben. Ja. Das V-1 muss das halten im Norden. Sie sind's. Sie sind's. Die sind am nördlichen Kartenrand, laufen die lang Ja genau Die schönen EMGs an den nördlichen Kartenrand, dass sie da nicht an der Mauer lang können Alpha dann in die Compounds rein, die wir mit Markern In die Wehrhalsruinen Ich hab nördliche Papierkontakte, Klaus Beschoss schon in der Nähe des Valleys Und wo? Auf Feuer aufrichten Wer kommt? Er muss in der Nähe von Steve sein Pro bitte eine Minute nicht über die Mauer gucken Ich hab Angriffsmarker im Feind Du kannst hier rechts vom Krieg, südlich vom Bär Du kannst natürlich nicht hinbekommen Willi kommt zur Bergschrank Sollen wir hier unten bleiben oder nachziehen? Ähm, Willi da Lieber nachziehen, aber wenn ihr da unten seid, um zu verteidigen bleibt da Also wie gesagt, das ist ungefähr eure Richtung von Steve ungefähr Ja, sie pushen jetzt von Süden auf Heimbarn Steve, Deckung, wir gehen Richtung Ost So zwischen Marker und uns Steve, Park, geht uns bitte gegen Ost, Deckung Er und Wehrhalsruinen in Richtung Attackmarker vor Äh, Gavis, komm an der Brücke, südlich bei H6 23 Zehn mal Steve, wir schauen mal, dass du Süden mit Techmarker 50 bis 75 m, das auch noch im Blick hast Ihr könnt weiter vorrücken Hier oben ist Klee bei mir Steven Katt6 rum, oben vorrücken, den Kartenantraum machen, bis zu Klamm Wir haben so Torfuhl verloren Ja, das weiß ich, sowas krieg mal mit Du würdest ja gesagt haben, falls du es nicht mitbekommen hast Doch, doch alles Der Marker geht auf, kann nicht zu dir kommen Kampfen mit Taten, packen sich an Sehr gefährlich Alpha kann nicht vorrücken, wir haben zu viel Kontakte hier Okay, ähm Nein Und jetzt ist er auf, hopp Ja, copy Darf ich was anmerken? Ja Wir haben eine große Lücke im Südwesten von Hemfarm Ja, wir versuchen den Surgeon Checkpoint anzugreifen Im Moment, also bravo, bitte weiter vorrücken Wir haben hier gerade keine Kontakte Wir lassen uns den Raum nehmen, den wir kriegen Es wird zwei Supporte gleich hin Ähm, pass auf, wir sind zurückgekommen jetzt genau von der Kreuzhunde Alpha Team nach MMS, bitte da unten Ja, ich weiß Alpha Team nach MMS, bitte Hemfarm verteidigen, okay Copy Bravo Team, wir gehen gleich in den Norden von Checkpoint, okay Neuer Marker Bis zu mir ist frei Ich bin nötig von euch Ich bin nötig von euch Einmal kommen von Süden und Südwesten Ja, ich habe ein bisschen werfen habe ich Schiffe Ist der Säure hochzug? Ja Auf Angriff Warker, ganze Squad 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 Bitte Auge haben auf den Compound, der markiert ist, bravo Team Rifleman, bitte mit mir vorrücken Kommen Da kamen wir an ganzes raus, da ist definitiv ein Rallye, den wir uns holen sollen Ja, Kontakte Südwestlich Kapitän Feier, Luca Spreieren In Gefahr erstellen? Naja Ah, es kommt Infantrieb von Süden rein, Zugkraft Herzlich willkommen Ja, die pushen nach Süden ran Ich hab mich jetzt auch gelegt, ich hab zwei erwischt Braucht weiter vorrücken, dass ihr beide Eingänge seht Der andere Eingang ist auf Movemarker Äh, Alpha Team, ihr könnt bitte, äh, Mitte tot verlegen über Rally Ja, okay, sieht's gut aus Ja, dann bitte verlegen Richtung Movemarker So, wenn ihr sagt, da ist ein Griff, dann bitte vorverlegen Wir greifen gleich in Surgeon an Irgendwann ist genug hier, denk ich Danke für die Einschätzung, dann bitte Bewegung Kann man von Nord rein, oder gibt's nur den Eingang Süden? Ich hab nur die zwei Eingänge gesehen, gerade dass man über Osten reinkommt Ja, Süden liegt einer auf dem Dach von so einer Ruine Ja, ich hab nur die Eingang Süden, kommen sie jetzt hoch Ich muss mich nicht verbinden, da Ähm, hier von Alpha, westlich neben Compounds gibt's Südlich noch auf ihre Granate, wer hat Granate gefressen? Ich glaube, hab ihn auch noch nehmen Copy So, Alpha, Compound, können wir den oder die Behörden in Richtung Movemarker Nee, komm, nee, 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 vorbei bitte Der Compound ist gelaufen Die laufen von Süden rein Geht über Nord Richtung Angriffsmarker, ja, nehmt diese Straße, die parallel zum Maprand geht Geht über morning, dann wird's das öfterom Musik 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 Ja, Osttür, Osttür, ist markiert mit einem Angriffsmarker. Ich bin down. Wir müssen das nochmal neu aufbauen. Alpha, bitte halte erst mal die Stellung auf Movemarker. BR, guck mal was du tun kannst. Wahrscheinlich nicht so viel. Vermuttet. Dann werde ich überrannt. Ja, gib dein Bestes. Leg sie lang. Der Alpha Team kann schon mal hier Richtung Squad Leader 4 vorrücken. Ja, die haben Squad Leader 4 im Blick. Okay. Versuch zu tun, was geht. Schon mal langsam ruhig in Surgeon vorrücken. Angriffsrichtung wäre aus Nord-West. Dann gleich. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, der ist Rück Leader 4. Erzählt mir immer was und macht dann was anderes. Das ärgert mich ein bisschen. Halte mal die Stelle oben erstmal. Ich weiß nicht. Alter, der hat nicht sein. Ich weiß nicht, dass ich die Räume schaue. Okay. Ich kenn doch das Gebäude, da ist kein Alk. Ich weiß nicht, dass ich das nicht. Ich weiß nicht was. Wir verlegen komplett neu. Wir gehen Richtung Süden. Richtung Süden zur Straße. Alle. Da bin ich gerade down gegangen. An der Ecke von dem Compound. Da sitzt einer. Und das ist genau so. Von dir Südöstlich. Weil die sind so auf Norden funktioniert gerade. Vielleicht können wir die im Süden parkieren. Ich würd gerne ganzen vorbei. Das Feld Süd vom Movemark hat doch nicht auf Feindklappt. Okay. Ja, hab ich gehört. Ja, Braun wird bemörsert. Ja, da kann man nicht rein. Da musst du jetzt aufpassen. Wenn du da hochläufst, aufpassen. Die kommen von Insurgent da. Gras runter. Zweifelsversorgung-Sendung. Zu Kraftwitz-Position Südlich. Schon beschussen. 190 Ticket. Ich weiß ja, ich habe die Position. Ein Feind. Wo beton? Das ist im Kasten. Zug auf Trimpo, das ist ja markiert, das ist voll unter dem Wasserfeuer Okay, ja ihr solltet auch zur Straße südlich davon Wir müssen zurückfallen, Emp Jungs, zurück nach Emp, zurück nach Emp, zurück nach Emp Wer kann direkt respawnen bitte Ich kann respawnen Ich kann respawnen, ja Schien gerade Ja, wechseln, wenn du das für sinnvoll alles machst Ja, schau, ich muss den Emp Hören Hören, unten, wir fliegen Äh, sieh sieh Hören, ich bin close Close, süd dran Versuch bitte den Compound irgendwo zu verlassen und wieder Richtung, äh, die Flaschen zu verteidigen, okay? Bis wir wissen, von wo die angreifen Ich will nicht, dass der in dem Compound rumhängt, da werden gleich der Mörser runterkommen 20 Sekunden, die Mörsern schon wieder raus aus dem Compound, Jungs Mörser Wie gesagt, das ist im Compound, geht bitte durch den Osten raus, Ost-Süd-Ost So, wechseln, was wir da sind Wo möchte ich den Braben, wo möchte ich den Emperor haben? Wo möchte ich den Alpha haben? Was ist das an der Übersetzung? Okay, oben an der Brücke müssen die schon sein. Ich komme für dich gegen den. Okay, wir gehen erst mal im Süden. Alle? Ja, alle. Copy. Im Nordosten scheint bei Scout 4 schon mal durchzukommen gleich. Ja, nach Osten ist Infantry von Hempharm. Die Zugkraft, die kriegen gleich Besuch von Nord, ne? Copy. Okay, weiter, 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 weiter. Du bist alleine, gerade. Ja, kommt mit. Ich sehe, ob da mehr Beine sind hier. Okay. Be careful, Marscher. Zu mir bitte ins Felsmeln, ja? In Norden, Nordwesten sichern, okay? Voll bravo. Alpha, wir gehen weiter Richtung Ost. Geht aber im Norden eine Mauerleitung. MG ist Richtung Ost. Kann ich Spock einsetzen? Ja, 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 müsste ja wohl. Okay, bravo, die die Stellung. Alpha, wir müssen nicht im Norden ausbrechen. Ich brauche einen ausbrechen. Ich brauche einen ausbrechen, bitte. Die sind gleich und ab, denke ich. Zwei Gegner von zu Nord-Osten. Zwei Gegner von zu Nord-Osten. Mauer Durchbruch, wo die andere getrunken werden müssen. Die Straße oben rum. Weide, wir haben Klaus in Nord-Osten. Auf der Straße ein. Ja, stimmt. Ich bravo, wir sind zum Heli von mir. Leg dich hin. Leg dich hin. Jetzt du kannst mich auf mich. Ja, ich hör das. Ich hab Funk auf all 15 Kanälen. Okay. Wir müssen auf das Spiel. Wer hat der Position? 4P 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 Ich hab hier jetzt nur einen Respawn an der Hub, tut euer Bestes Wir müssen den Herdarm irgendwie halten, wollen dass wir Körper irgendwie drauf werfen Ja, der Dirt ist, der ist noch da drin, ich denke, dass er sieht Das läuft gerade irgendwie nicht, wenn jemand Ideen hat, gerne zu mir Next Fahrzeug aus der Base Oder mit meinen Leuten, Fahrzeug aus der Base, ganz weit umfahren, jetzt soll ich ein Checkball von dir nicht überlaufen Ja, bis dahin haben wir Hemp verloren, wir müssen auf Hemp sein Mit zwei Mann, bis du Rallye gesetzt hast Ja, können wir probieren Okay, CPL spawns mit Memein, der Rest spawns Hemp, okay? Copy Rallye wurde überlaufen Ja, das war das, ich versuche euch dann nach bestem Gewissen Rallye, setzt schon mal eine Pack-Up-Foot-Op-Brain Couchy, setzt sich Back-Up-Foot-Op-Brain, wir verlieren Hempfarm Wahrscheinlich gleich Ja, Copy Die sind schon, die kommen rein, beim Hub Ja, Copy Dann brauche ich noch einen, der spawnt bitte in der Memein, Baldi Kannst du spawnen in der Memein? Äh, ich bin gerade gestorben, aber ja Ja, ne, ne, dann lass das, das fahrst du gleich am Rallye Ich kann auf dieser Map fahren, bei der Memein Ich brauche drei Sekunden Ja, ne, spawn bitte am Memein Ja, verstanden Ja, sag ich doch, CPL, kannst du hier fahren? Machen wir mit Äh, nach links hier, äh, Grapefarm Fällen geht's ohne Ende Ja, weiß ich auch Ja Ja Ja, Bär, die kommen da gleich zu dritt rein Better Ja, 1,2, jetzt arbeiten wir damals ohne Chance Ja Ja Also, Automatic Rufferman ohne Möglichkeit aufzusetzen, ist echt, äh Du kannst wechseln, sonst bist du in der Klasse Ja, hier irgendwo in links, ja Ja, hier kommst du durch Ja, genau Wir haben gerade schon zwölf Tickets verloren, da sollten wir einfach mal aufgeben Ne, denn Das wäre zu viel, glaube ich Die 78 Tickets insgesamt 20 Minuten Wir verlieren da Tickets ohne Ende Ja Ja Ja, im Moment gibt's keinen anderen Plan Na, ich steck hier fest Den schmeiß, weil du ganz schnell eine Radio versucht, den schnell aufzubauen Kannst aussteigen? Ok, Valdi, kannst du ehrlich sein CPL, geh du mal bitte vor, falls hier Feinde sind Ich hab keinen Bock, direkt über den Haufen geschossen zu werden Ich will den, äh Ost Compound Genau auf dem Haufen Das Radio schmeißen Ich lauf, ich lauf zum Glück Ich lauf zum Glück Ich lauf zum Glück Die Meisters wurden all 64 Tickets Ja, sie kommen jetzt Ende kabelst du auf Hemdfahren, Mörsern, Gegenmörsern? Schön, Dick, ob es nur da kann, aber Sachen Also wenn die ihre Mörsern genau auf Hemdfahren haben, wenn die sie da rausschießen, dann will das uns ordentlich den Arsch retten Die hier, das Spawn bei Hemdfahren hat jetzt schon leider 30 Tickets gepostet Ja, vielleicht mal Ja, dann hört auf dazu Wir sollten abschaufeln Äh, Grape, Spawnabill Okay, ja, bleibt nur auf Hemdfahren bitte, die anderen wollen noch bleiben Soll ich schon mal kalkulieren? Ne, brauchst nicht Aber ihr müsst doch nur drei auf den Innenhof, die haben das bestimmt auf dem Innenhof aufgebaut, dann hört das mit dem Börsern hier auf Ne, die Maracke sind schon markiert gewesen, die sind äußerstlich verteilt Ah, okay Okay, versucht aus dem Comport rauszukommen, mehr kann ich da leider gerade nicht tun Das ist der Nordeck ist ja nicht frei bis nördlich über die Abfahrt an der Abprobe Alter, das ist ein Ticket für die vor dem Ende dahin, muss ich aber abmachen Ich leg euch jetzt noch mal im Rallye im Süden, okay? Lass du ja doch vielleicht was, oder? Klingt gut Die smogen jetzt hier Okay, wenn die smogen, ist kein AI, ist doch schon mal los Okay, neuer Likon gleich, die greift dann direkt diese Position an, die mit dem POP markiert ist, okay? Verstanden Okay, wir wissen, was zu tun ist, ja, tut euer Bestes Kommen wir dahin hier rein Kommen wir dahin hier rein Kommen wir in Rallye von oben Ja Wow Kommen wir in Rallye von oben Ja, wir wissen, wer in Rallye hat, wir gucken, dass wir nach oben weg bringen auskommen vielleicht weil wir jetzt zwei sports haben die auf einmal diese foto und angreifen vielleicht sind sie nicht mehr so die markieren das tun wir aber nicht sind feinde von der box westlich der copy angriffsmarker ist den ganzen sport verteilt euch bitte auf breite linie die sind aus dem orden die sind neuerlich ich habe ziemlich los sind da ja die schieße schon rein ich schieße mit einem mörser in 20 sekunden kommt es gleich wie gesagt such nur um nach osten rauszukommen und die dann zu parkieren solle ich abschärfeln oder solle es lassen solle ich so 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 Also ganz im Norden Ah ne lass das, ich krieg schon Geschuss hier Ne, erhalte deine Rückstellung, lass uns versuchen bitte, die Hälfte zu spartieren Ja, verstanden Ist dir aber wohl gespottet Verblut Halbär, versuch mal bitte die Stellung da oben zu halten, ich komm jetzt zu dir Versuch ein Beschuss Ja, alles auch gut Lass uns das Oh, es ist doch einfach zu heißen Ja, geh weiter, ich wurde von Westen noch gegailt Ich vergesse es, die haben im Ausland ja auch in Öl-Entrie und Waffen Ja, dann lassen wir uns spawnen jetzt, wir haben eh noch fast keine Tickets mehr, weil es liegt Ähm, wir haben die erste Runde gewonnen, das heißt es kommt auf die Tickets an am Ende des Tages Wenn wir eh noch spawnen und sterben, lassen wir es sein 10 Tickets Ich verfolge, hier haben wir noch mehr verloren als die vorhin Ja, da Einfach, weil wir irgendwann angefangen haben, aufhören zu Taktik zu spielen Einfach, weil wir irgendwann angefangen haben, aufhören zu Taktik zu spielen Ja, da Ja, da Ja, da Ja, da Ja, da Entschuldigung, was ist das? Ja, da Ja, da Ja, da Wo sind die, Frau? Ja trotzdem, was wir am Anfang gemacht haben, war ja nicht schlecht. Ne, überhaupt nicht. Ne, Neu-Op-Mann ist es umgeschlagen. Man hätte sich da zurückziehen müssen, meine Flagge. Weil die Kieler fällt, kriegen sie. Naja, dann hätten wir Hempharm jetzt nicht mehr. Und klar, wir haben viele Tickets gebraten dabei. Aber wir hätten auch Tickets verloren dadurch, dass wir Hempharm aufgegeben hätten. Und die anderen zwei, die da wollten, das nicht tun. Also, kann ich da auch nicht sagen, wir machen das jetzt einfach. Wir müssen ja auch mit den anderen berichten. Wenn man so mal auf die Map kommt, wo Squad 4 gerade rumdümpelt. Und Squad 2, die im Rally liegen hat. Dann kann man sich ungefähr ausmalen, woran es lag. Sag mal, wir haben auch keine Ahnung. 60, 70 Tickets in Hempharm. Nur, wo ich versucht, das zu halten. Da gerade. Ja, oft die Feier sind los dran gewesen. Und wir sind nicht ins Radio, nicht ins Radio. Und die werden genauso Tickets verloren. Für den Push. Das war einfach ne High-Ticket-Loss-Zeit. Wo einfach beide Seiten Tickets verloren haben. Aber ja, vielleicht haben wir ein paar mehr verloren wegen der Mörser. Ähm, ja. Ich denke mal, die Runde werden wir verlieren. Aber vielleicht haben wir insgesamt trotzdem gewonnen. Weil die erste Runde haben wir zurückgepusht bis Orchard. Ja, die erste Runde haben wir auch für Tickets übrig gelassen. Genau, deswegen. Äh, ich schätze mal, wir haben uns trotzdem gewonnen. Das ist ein bisschen die Moral einfach. Ja, haben wir auch. Nice. Bei uns lief's halt einfach nicht. GG, we won. GG boys. GG guys. Okay guys. Das ist alles Beauty. Ja, jetzt punch kannst du ja志.